es gibt euch einen super und dass ihr fleißig geübt habt damit wir wiederholen was wir letztens bekommen haben und zwar die Harakat A I U und dann eben die Verlängerung mit Elf wie zum Beispiel und heute lernen wir Al-Kesra. Kesra ist I okay und jetzt gibt es keine andere also jetzt gibt es keine Irre zum Beispiel und somit fangen wir mit den Beispielen an ich würde euch raten dass ihr jetzt wieder mal stoppt und sie euch anhört oder liest laut und danach auch mit mir liest damit ihr euch vergleichen könnt ob ihr das richtig ausspricht genauso wie ich fangen wir jetzt an ich mache das mal so dass ich als erstes langsam mache und dazwischen immer etwas verlängere was eigentlich falsch ist aber damit ihr es unterscheiden könnt und danach wie man es ganz normal ausspricht ich mache jetzt Pet kibli Und bitte achtet auf das Kha, denn viele sagen H. Man muss auch nicht übertreiben, sodass die ganze Spucke da rauskommt. In der Mitte eben. Wazina, wazina. Daris, daris. Na-si-ba, na-si-ba. Rahina, rahina. Rahima, rahima. Ha-si-la, ha-si-la. A-mi-la, amila. Ta-ri-ha, ta-ri-ha. Ta-mi-a-a, ta-mi-a-a. Und nicht da. Es ist ein Ta. Ta-mi-a. Ka-li-hma, ka-li-hma. Ja-ni-za, ja-ni-za. La-i-qa, la-i-qa. Fa-ri-ha, fa-ri-ha. Fa-ri-ha, fa-ri-ha, fa-ri-ha. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt davon vieles profitiert. Ich freue mich, dass ihr mit mir die arabischen Buchstaben lernt und ebenso das Lesen. Bleibt am Ball und ich hoffe, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Assalamu alaikum, ma'a assalama und man sieht sich. As-salamu alaikum, ma'a assalama und man sieht sich. Untertitelung des ZDF, 2020